Nachdenkseiten Die kritische Website Rechts offen, die Nebelkerze der Kriegsunterstützer Von Jürgen Schütte Deutschland ist faktisch längst Kriegspartei im Ukraine-Krieg. Deshalb tobt auch an der Heimatfront in Deutschland ein gnadenloser Kampf um Meinungsführerschaften und Deutungshoheiten. Vor dem Hintergrund des immer weiter eskalierenden Krieges, gerade wieder milliardenschwere Waffenlieferungen, rund 500 tote ukrainische und russische Soldaten jeden Tag, Einsatz von Uranmunition und Streubomben, Sprengung der Krimbrücke und die drohende Gefahr eines baldigen Eintritts in einen Dritten Weltkrieg, wird auch an der Heimatfront in Deutschland in und im Umfeld der Friedensbewegung eine erbitterte Auseinandersetzung geführt. Erstaunlicherweise geht es dabei nicht um den besten und schnellsten Weg aus dem Krieg hin zum Frieden, sondern um die Frage, mit wem man demonstrieren und von welchen Friedenskräften man sich fernhalten sollte, um nicht mit den Falschen zu demonstrieren. Der Begriff der Rechtsoffenheit Die Falschen, das sind unter dem Gebot des antifaschistischen Grundkonsenses der Friedensbewegung Akteure und Gruppen, die als rechtsoffen, rechts, extrem rechts, AfD-nah, Nazis oder gar faschistisch identifiziert werden. Insbesondere der inflationär gebrauchte Begriff der Rechtsoffenheit steht dabei im Zentrum der Ab- und Ausgrenzungsdebatte. Jedoch schon seine Unbestimmtheit lässt den Begriff und seine Verwendung fragwürdig erscheinen. Rechts ist nicht gleichbedeutend mit AfD-nah, Nazi oder faschistisch. Rechts ist auch die CDU im Parteienspektrum angesiedelt. Es kommt im Übrigen auch darauf an, wo man sich selbst im politischen Spektrum verortet. Wenn man sich als extrem links positioniert, steht praktisch der ganze Rest der Gesellschaft rechts davon. Rechts wird in dieser Debatte niemals wirklich an den Inhalten von Politik festgemacht. Müssten nicht diejenigen Parteien wie Grüne und SPD, die Waffenlieferungen in Kriegsgebiete fordern und für Wirtschaftssanktionen eintreten, die Russland ruinieren wollen, per se als rechts eingeordnet werden? Und was bedeutet denn Offenheit? Erfordert dies ein Tolerieren, ein billigendes Akzeptieren, einen Kontakt oder eine Gesprächsbereitschaft? Der Begriff der Rechtsoffenheit ist für eine seriöse politische Auseinandersetzung offensichtlich unbrauchbar. Seine Verwendung suggeriert jedoch eine Nähe zu außerhalb des demokratischen Spektrums liegenden Positionen und hat deshalb diskriminierenden Charakter. Um die Ausgrenzung noch zu vertiefen, werden bei seiner Verwendung häufig auch bewusst weitere Begriffe wie rechts-, extremrechts-, rechtsesoterisch- oder Nazi- ohne irgendeinen Anhaltspunkt oder Beweis in einem Atemzug genannt. Bei den sachlichen Grundlagen für die Einordnung als rechtsoffen werden geltende Beweisregeln stets missachtet. Musterbeispiel dafür ist der Artikel in der Terz Düsseldorf Nummer 623, das Friedensbündnis NRW, Querfrontbestrebungen in Düsseldorf. Zentrales Argument für eine Verbindung nach rechts sind stets Kontaktschuldvorwürfe. Er ist dort gesehen worden, hatte dazu Kontakt. Negativ verstärkt durch Attribute wie extrem rechts-rechtsesoterisch. Beweise für eine rechte politische Betätigung werden niemals vorgelegt. Der Autor des Artikels, ein Tom Burkhardt, agiert als Anonymous. Die Terz-Redaktion weigerte sich auf Aufforderung, seine wahre Identität preiszugeben, behauptet gar, diese nicht zu kennen, obwohl dies ein Verstoß gegen geltendes Presserecht wäre. Dem Duktus nach erscheint der Artikel wie eine Aneinanderreihung von Verfassungsschutzdossiers. Dies liegt auch deswegen nahe, weil die unterstellten Kontakte überhaupt erst durch eine professionelle Dauerbeobachtung von Einzelpersonen zustande gekommen sein könnten. In der publizistischen Praxis nimmt der evidenzlose Artikel der Terz allerdings eine zentrale Stellung ein. Die meisten Stellungnahmen, die mit der Rechtsoffenheit argumentieren, verwenden immer wieder Teile dieses Artikels sozusagen als Fundgrube. Dies und seine vermeintliche Herkunft aus trüben Quellen sprechen für sich. Bei der Zuschreibung einer Rechtsoffenheit werden neben nebulösen Kontaktschuldvorwürfen auch echte Falschbehauptungen und Lügen verwendet. Dies hat die Initiative Frieden Links in ihrer Stellungnahme zu Verleumdungen durch die Bundesvorsitzenden des antifaschistischen Vereins VVN-BDA vom Juli 2023 belegt. Ginge es im Zusammenhang mit den vorgeblichen rechtsoffenen Protesten allein um die Frage, dass nicht mit den Falschen protestiert werden soll, so müssten die Kräfte, die die Aus- und Abgrenzungsdiskussion befeuern, also die Funktionäre der VVN und der DFG VOK in NRW, die Redakteure der Terz Düsseldorf und des Netzwerks Friedenskooperative und andere, selbst aktiv werden und Friedensproteste ohne diese inkriminierten, rechtsoffenen Kräfte durchführen. In Syrofern ist jedoch nur Fehlanzeige zu vermelden. Die VVN hat bislang keinerlei Antikriegsprotest gefordert, angeboten oder durchgeführt. Die DFG VOK erledigt, zumindest in NRW, ihr jährliches Pflichtprogramm Ostermarsch im April, im Sommer Miniprotest vor Rheinmetall anlässlich der Aktionärsversammlung, im Oktober dann der Anti-NATO-Protest im abgelegenen und niederrheinischen Ort Kalkar, ohne die eskalierende Kriegspolitik der Bundesregierung mit höher und sichtbarem Protest auf zentralen öffentlichen Plätzen zu begleiten. Es gibt schlicht keinen nennenswerten Protest etablierter zivilgesellschaftlicher Organisationen gegen die Kriegspolitik der Bundesregierung. In Düsseldorf tritt gar bei jeder Friedensdemo eine Störtruppe unter der Flagge Antifa auf, um den Friedensprotest des Friedensbündnisses NRW zu behindern und zu stören. Mit Flaggen der Ukraine und der EU sprechen sich die Störer offiziell für die Waffenlieferungen der Bundesrepublik und die Kriegspolitik der EU aus. Die Demonstranten des Friedensbündnisses NRW werden von den unter der Flagge der Antifa agierenden Störern als Nazis beschimpft. Eine offenbar der Antifa nahestehende Online-Zeitung diffamierte sogar namentlich Mitglieder der VVN, die sich in Düsseldorf an Friedensdemos beteiligten. Der Rechtsoffenvorwurf führt also nicht zu einem alternativen, nicht rechtsoffenen Protest gegen die Kriegspolitik der Bundesregierung, sondern zur Warnung vor Friedensprotesten, DFGVK, zum Nicht-Protest, zur friedenspolitischen Passivität, zur Diffamierung und Delegitimierung laufender Proteste und gar zu deren massiver Behinderung und Störung. Die mit dem Vorwurf der Rechtsoffenheit agierenden Kräfte der Friedensbewegung geben vor, die Rechtsoffenheit sei die zentrale Hürde für einen gemeinsamen Protest aller Kräfte der Friedensbewegung. Dass es auch oder insbesondere zur Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Antikriegsprotesten inhaltliche Differenzen gibt, wird von ihnen nicht offen thematisiert. Doch bei genauem Hinsehen liegt genau hier die entscheidende Trennlinie. Antikriegsproteste, die sich gegen die eskalierende Politik der Bundesregierung richten, müssten sich nach den bisherigen Maßstäben der Friedensbewegung gegen die Lieferung von Waffen, insbesondere schweren Waffen, die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland, den einstweiligen Ausschluss von Verhandlungen mit Russland, die Ablehnung eines Waffenstillstands richten. Die VVN bzw. deren Bundesvorsitzende Cornelia Kehrt und Florian Gutsche macht jedoch in ihrer Veröffentlichung vom 12.07.2023 falsche Frontstellung das Gegenteil deutlich. Die VVN-Funktionäre sehen in den Protesten gegen Waffenlieferungen und Sanktionen das Konzept einer Friedensbewegung, die den russischen Angriffskrieg und die notwendigen Konsequenzen daraus aus der Perspektive und ihren Debatten ausblendet. Mit den notwendigen Konsequenzen sind selbstredend jene Konsequenzen gemeint, die die deutsche Bundesregierung mit ihrem Kriegskurs seit März 2022 gezogen hat, nämlich die immer weitere Lieferung von schweren Waffen, die Verhängung von Wirtschaftssanktionen, de facto ein Wirtschaftskrieg gegen Russland, der Ausschluss von Verhandlungen und die Ablehnung eines Waffenstillstands. Damit stellt sich die VVN faktisch an die Seite der Bundesregierung, die mit ihrer weiteren Kriegseskalation alles dafür tut, dass dieser Krieg fortgeführt wird. Auch in den bekannten Veröffentlichungen der DFG-VK kommt eine Kritik an der konkreten eskalierenden Kriegsscharfmacherei der Bundesregierung nicht vor. Immer wieder wird der Gesslerhut in der Kriegsschuldfrage Völkerrechtswidriger Krieg Russlands gegen die Ukraine einseitig zulasten Russlands gezogen. Auf Drängen der DFG-VK NRW grüßte auch der Ostermarsch-Aufruf Rheinland 2023 den geschichtsvergessenen Gesslerhut der russischen Alleinschuld. Die Entwicklung zum Krieg, insbesondere seit dem Putsch im Jahr 2014 und dem Beschuss des Donbass mit 14.000 toten Zivilisten, blendet der Aufruf aus, ebenso dass Deutschland durch die Waffenlieferungen längst Kriegspartei geworden ist. Konsequent wird auch nicht berücksichtigt, dass nicht nur derjenige das Elend eines Krieges zu verantworten hat, der den ersten Schuss abgibt, sondern auch derjenige, der alles dafür tut, dass der Krieg nicht beendet wird. Gerade dies trifft auf die Politik der Bundesregierung zu. Die sogenannte Antifa steht vollständig hinter der Kriegspolitik der Bundesregierung, indem sie Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen begrüßt, den Rückzug Russlands von der Krim und aus dem Donbass fordert und bis zur Erfüllung dieser einseitigen Forderungen alle Friedensverhandlungen ablehnt. Seine olivgrünen Ansichten ehrlich und direkt zu formulieren, traut sich der Geschäftsführer des bundesweiten Netzwerks Friedenskooperative, Christian Goller in der Taz. Wer als Pazifist gegen Waffenlieferungen ist, macht sich schuldig durch Unterlassen, weil dann auch Menschen ums Leben kommen. Das Dilemma der Kriegskuschler wie VVN und DFG VK In der Friedensbewegung der Nachkriegszeit in Deutschland gab und gibt es friedenspolitische Positionen, die bislang als unumstößlich galten. Dazu gehörten die Selbstverständlichkeiten, dass man Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ebenso ablehnte wie Wirtschaftssanktionen bzw. Wirtschaftskriege. Ebenso galt das Primat des Verhandelns gegenüber der kriegerischen Auseinandersetzung, dem Schießen, als gesetzt. Und schließlich wurden Waffenstillstände immer gefordert, um damit in Verhandlungen einzutreten. Diese friedenspolitischen Grundsätze wurden von niemandem in Frage gestellt, wollte er oder sie sich nicht selbst aus der Friedensbewegung ausschließen. Erstmals in der Vorbereitung zu einer bundesweiten zentralen Friedenskundgebung zum 1. Oktober 2022 äußerte jedoch ein Vertreter der IPPNW Internationale Ärzte für die Verhütung eines Atomkriegs im Rahmen einer Zoom-Konferenz, dass seine Organisation gar nicht eindeutig gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und Wirtschaftssanktionen gegen Russland sei. Der hier eingeleitete Tabubruch setzte sich dann in Positionen von VVN und DFG-VK zum Erstaunen und zum Entsetzen großer Teile der Friedensbewegung fort. Die IPPNW verbot dann auch ihrem langjährigen Mitglied Dr. Med. Ingrid Pfanzelt, auf der Münchner Demonstration gegen die NATO-Sicherheitskonferenz im Namen der IPPNW zu sprechen. Dr. Pfanzelt sprach als friedensbewegte Privatperson vor über 20.000 Menschen auf dem Königsplatz über die aktuelle Gefahr eines Atomkriegs auf europäischem Boden. Die IPPNW blieb bei dem Massenprotest gegen die bundesdeutsche Kriegspolitik auf eigenem Wunsch außen vor. Die traditionellen Organisationen der Friedensbewegung wie VVN, DFG, VK, Netzwerk, Friedenskooperative oder IPPNW müssten nun eigentlich den staunenden Aktivitäten der traditionellen deutschen Friedensbewegung erklären, warum sie gerade in der schlimmsten, den Weltfrieden bedrohenden Situation von den selbstverständlichen Forderungen der Friedensbewegung, die nie in Zweifel standen, abrücken und sich hinter den Kriegseskalationskurs der Bundesregierung versammeln. Dies tun sie jedoch bis heute nicht. Die Keule der Rechtsoffenheit Statt defensiver Erklärungen liefern die Kriegskuschleine offensive Kampagne unter dem Kampfbegriff der Rechtsoffenheit gegen jene Organisationen, Initiativen und Einzelne, welche die friedenspolitischen Grundforderungen weiter hochhalten. Die aktiven Friedensaktivisten werden von den passiven Friedenskuschlern als nicht kompatibel ausgegrenzt, weil sie eben rechtsoffen, rechts- oder gar rechtsesoterisch seien. Ob in Berlin, München, Hamburg oder Düsseldorf, überall entstanden Friedensgruppen oder Bündnisse, die sich die einfachen und selbstverständlichen Forderungen der Friedensbewegung auf ihre Fahne schrieben. Keine Waffendieferungen, kein Wirtschaftskrieg gegen Russland, Verhandeln statt Schießen und Waffenstillstand sofort. Deutlich wird, dass es in dieser Auseinandersetzung in Wirklichkeit nicht um rechts oder links geht, sondern darum, das eigene Aufgeben der friedenspolitischen Grundpositionen der Friedensbewegung zu kaschieren. Mit einer aggressiven Kampagne, die natürlich von der herrschenden Politik und deren Medien, insbesondere der olivgrünen Taz, nachdrücklich unterstützt wird, zündet man die Nebelkerze der Rechtsoffenheit in der Friedensbewegung, um davon abzulenken, dass man selbst, als vermeintliches Mitglied der Friedensbewegung, vor der herrschenden Kriegspolitik kapituliert bzw. sich dieser unterworfen hat. Die Funktionäre nutzen ein gängiges Mittel der Propaganda. Um von der eigenen Kriegszustimmung abzulenken, stellt man diejenigen, die sich der Kriegsunterstützung verweigern, weil sie die guten Grundsätze, Prinzipien und Politiken beibehalten, als die Vaterlandsverräter, ferngesteuerte Gesellen oder eben Rechte da. Geschichtliche Parallelen zur Abstimmung über die Kriegskredite 1914 oder zur Wiederbewaffnung 1956 sind insofern nicht fernliegend. Auch damals schuf man sich das entsprechende absolute Feindbild. Politisch geht es darum, an der Heimatfront jeden Widerstand gegen den Kriegskurs der Bundesregierung und ihrer Helfer auch in der Friedensbewegung zu diskreditieren und unwirksam zu machen. War die Friedensbewegung davon zunächst überrascht, wenn nicht gar überrumpelt, in vielen Fällen gar vor Empörung gelähmt angesichts langjähriger eigener Mitgliedschaft in den Organisationen der angreifenden Funktionäre, so gelingt die Diffamierungskampagne zunehmend immer weniger. Die wirklichen Kräfte des Friedens in der Tradition der alten Friedensbewegung begreifen diese Situation und lassen sich immer weniger von den Verleumdungen und Diffamierungen beeindrucken. Sie werden zunehmend aktiv und wehren sich. Zum Beispiel alte Fahrensleute der Friedensbewegung in der Initiative FriedenLinks. Jürgen Schütte ist Sprecher des Friedensbündnisses Mönchengladbach und Mitkoordinator des Friedensbündnisses NRW. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020